Hallo Aufnahmen! Hallo Melvin! Ihr lustigen Menschen aus dem Internet! Hallo Melvin! Hallo! Hallo Ike! Was wünscht ihr? Gegenstände verkaufen bitte! Ich möchte verkaufen die Marmelade, doch die Marmelade. Was für eine Marmelade? Ich habe Marmelade im Gepäck. Ich weiß nicht warum. Weiß ich auch nicht. Ich kriege einen kleinen Hunger. Ausgerüsteter Gegenstand, das ist schlechter, das wird verkauft. Ein Gold! Was? Alles klar. Die Hose ist schlechter, die wird verkauft. Die Schuhe, kann ich nicht anziehen, sind trotzdem schlechter. Die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe wird verkauft. Die Schuhe wird verkauft. Ähm... mir 376 tp muss denkt mit 3.000 und der geht mit dauern oder kann ich dir verkaufen ja ein ist das schicksal erlaubt sortieren ich habe drei slots frei ernst mit zwei warum habe ich so wenig frei ich habe doch gerade zu viel verkauft nee komm hier alte wenn dann kauf richtig das brauche ich nicht das brauche ich nicht das brauche ich nicht der helm den brauche ich nicht der gibt mir bloß so wenig tp das kann verkauft werden verkaufen wenn es das schicksal erlaubt noch mal anklicken verkaufen das da was ist das fertig klicken und verkaufen ok ich habe eine million siebenhunderttausend china wenn es das schicksal erlaubt ich habe immer noch diesen verkackten gürtel hier drin ich will den verkaufen da ist er wow ein gold wenn es das schicksal erlaubt das hat es gebracht so die ganzen ruhen steine kommen da runter was ist das diesen besser als meine heiltränke die kommen hier vorne hin diese leuchtenden steinchen kommen alle hier hoch ich habe eine kiste ich habe ein auto ich habe ein mini auto bekommen mit dem ich rumdüsen kann geil ich habe so viele edelsteine hier drin ich weiß gar nicht was ich damit alles machen kann soll tun das ist schlecht das kann gelöscht werden ne verwandtungstränke mache ich nicht dann sehe ich wieder so hässlich aus ey so viel edelsteine das ist ja abnormal warum habe ich so viel davon das auto bleibt hier unten der kommt da hoch die kisten bleibt dort genau das pulver dahin hier geht es noch weit ach du scheiße ja gut ich muss das hier echt mal alles sortieren was was ist und das mache ich jetzt mitten in der aufnahme professionell immer diese professionellen aufnahmen das muss aber auch mal gemacht werden die mit dem punkt ist dort das ist dort dann kommt die mit dem punkt da hoch dort hin dort hin dann kommt die runden das kommt erst mal runter dann kommt das komische eckige davon habe ich noch eins hier ist schon wieder so ein rundes also dort hin dann das dort hin diese komischen dinger da hin dann diese einzelteile hier hin dann kommen diese flammenteile dann kommen die die aussehen wie eine brustplatte so dann komme ich hier hin hier die hin ich habe genau 2 4 6 8 10 slots frei ich kaufe mir die nächsten slots kostet mich 450.000 ja los und die kostet mich 1.300.000 genau so viel habe ich jetzt noch läuft erschöpfte handsdampf nicht handelbar handelt durch agent nicht möglich wird nach 14 tagen 23 stunden zerstört ihr könnt den titel erschöpfte handsdampf tragen dieser titel erhöht eure bewegungsnotation nein machen wir jetzt nicht denn wir gehen jetzt die quests ab wenn ich wüsste wo ich habe ein lager stimmt warum lager ich dort nichts ein ach du scheiße was habe ich denn hier drin alles gelagert Haufen Tränke die ich nicht brauche die sind zu schwach einmal dahin einmal dahin einmal dahin einmal dahin verkaufen 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 das Schwert ist schwächer als meins verkaufen das ist schwächer als meins die ist schwächer hier habe ich schon wieder marmelade hier habe ich ganz viel ess alter leck mich fett stinkblum saft erstklassiges windserum das behalten wir mal heiltrank den behalten wir auch verband behalten wir auch ähm ja gut das ich kann die nicht einladern warum warum okay die gehen komischerweise äh kann ich diese rune einlagern ja so 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 und so und so ich doch noch mal ein bisschen was verkaufen ja was wünscht ihr verkaufen würfel 3 das 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 würfel 2 war nichts zu verkaufen und würfel 1 auch nichts wenn es das schicksal erlaubt und jetzt hat es mir hier wieder ein Teil durcheinander gewürfelt shit äh so da dahin da dahin ich bin fürs erste heute weg alles klar bis morgen bis morgen tschüss 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 ähm ja ins video mit rein schreibe dass ich nach 39 dort einmal einen cut setzen muss ok geht ja nur noch 5 minuten die Aufnahme was muss ich denn jetzt überhaupt machen ich hab keinen plan was ich machen muss Tirox ich hab ein kleines Auto bekommen mit dem ich fahren kann äh ja ok aber ich will das noch nicht anwenden ok man warum werde ich hier angegriffen ich muss doch einfach nur hierher gehen irgendwas erleben werden ich muss da hoch wie komm ich denn da hoch boah ich fahr jetzt mit dem Auto ok jetzt werde ich hier angegriffen und kann das geile Auto nicht beschwören jetzt da jaaa Tirox wo bist du bleib da stehen wo du bist wenn ich nicht sterbe du müsstest hier oben sein hä da siehst du das? wie hast du das bekommen? ich will das auch ich hab irgendeine Kiste geöffnet da war das drinnen ich glaub das ist die Kiste von äh Tirox die man einmal pro Tag öffnen kann das ist voll geil das Auto vor allem ich hab's in schwarz das ist so episch aber warte mal ich muss hier oben irgendwas töten äh wie hast du das bekommen? hast du nicht die Kiste von Taros? dann kriegst du die noch durch irgendeine Quest gegenstandspaket wird nach 14 Tagen zerstört das Auto hab ich jetzt 24 Stunden stop 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 warte 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 das dahinter muss ich killen das muss ich auch killen ach so na dann komm dazu das ist das falsche Ziel so nächste Quest erledigt ich wollte eigentlich die ganzen Quests mal abgeben aber irgendwie hier ist noch irgendwas ach da unten ist der Heiden ich habe nach euch gesucht hm ach das wäre heute geil ähm kannst du dich nicht mich nicht irgendwie in dein Auto mitnehmen und so? nein leider nicht da unten ist der Heiden eine habe ich wirklich in der ansteckend so? nicht ist der Heiden das ist der Heiden der Heiden der Quatsch wir sind das dass die leiden der Heiden der Messer Guck mich mal an, wo ich gerade langfahre auf der Map. Ich bin out of Map gerade. Ich sitze in einem Fass. Teil der Aquana. Okay. Blut für Blut. Jetzt bin ich wieder nach oben angekommen. Schön. Ich muss da hin, da ist irgendwas für mich. Ich will wieder mit dem Auto fahren. Das ist so geil. Da bin ich angesiert worden. Wo muss ich überhaupt hin? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder zurück. Ich blicke hier gerade selber nicht wirklich durch. Steht ihr schon lange da? Auf bald. Ich muss Quests abgeben, aber irgendwie... Mir wird nicht wirklich irgendwas angezeigt. Steht ihr schon lange da? Da lang muss ich. Da ist noch so ein blaues Knubbelhebel gedöhnt. Das Auto fetzt. Ich habe nach euch gesucht. So erledigt. Jetzt muss ich nach da unten. Na. Ja, genau.